Sport macht einfach Spaß und gemeinsam noch viel mehr. Mein Name ist Lars Schlichting und ich bin Personal Trainer. Als Fußballprofi und Mannschaftskapitän habe ich gelernt, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und Erfolg zu haben. Und genau das wünsche ich mir für ihre Mitarbeiter auch. Und genau dafür haben wir ein spezielles Programm für sie entwickelt. Firmenfitness. Und wie das genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt mal an. Auf geht's! Und was die Teilnehmer so sagen, fragen wir sie doch einfach mal selber. Ich habe im Herbst letzten Jahres mit dem Bootcamp angefangen. Ich bin schon seit zwei Jahren dabei. Ich bin auf jeden Fall ungefähr über ein Jahr dabei. Der Vorteil, dass es hier bei uns direkt in der Firma stattfindet, ist, dass man direkt vom Arbeiten zum Sport gehen kann. Mit so Kollegen Sport zu machen, so ein bisschen Gruppenzwang, das finde ich gut. Es ist super, dass man dadurch die Möglichkeit hat, dass man mit so unterschiedlichen Kollegen trainieren kann, dass man wirklich viele kennenlernt, mit denen man sonst keine Berührungspunkte hat. Und man lernt sie auf einem ganz anderen Level kennen. Normalerweise, ich arbeite bei IT. Ich kenne nur IT-Kollegen. Und durch die Bootcamp, ich kenne so viele Leute aus verschiedenen Abteilungen. Ich finde an Lars, finde ich super, dass er extrem motivierend ist. Voll gut drauf. Der motiviert alle. Er korrigiert einen, wenn man irgendwelche Fehler macht. Und schafft es immer noch, das Letzte aus einem rauszuholen. Wenn man denkt, man kann nicht mehr, stellt sich Lars vor ein und man kann dann doch noch ein bisschen. Also ich habe das überall in meiner Terminkalender eingetragen. Das steht jetzt fest. Und haben Sie Lust bekommen, gemeinsam in Ihrer Firma Sport zu machen? Dann melden Sie sich doch einfach bei mir. Ich mache mich schon mal warm für Sie. Ihr Lars Lichting.